hey freunde willkommen zum nächsten tropic test wieder eine sehr günstige batterie also ich habe sie bekommen beim runger ausverkauf ich habe bezahlt 4 euro 95 was ist für eine 5 euro batterie sehr preiswert macht kann man echt nicht anders sagen die batterie hat 25 schuss kaliber denke ich mal steht wieder nicht drauf ich schätze immer mal 20 millimeter wenn ihr das so seht wir haben eine neem von 157,5 gramm wie gesagt für eine 5 euro batterie ist das schon sehr viel und ja ich kenne sie überhaupt nicht die ig 41 und dann würde ich sagen gehen wir gleich mal raus und bilden uns unsere meinung wie sonst auch immer also freunde bis gleich draußen zur zündung so freunde wie versprochen die ig 41 auch von tropic natürlich schauen wir mal wie die so ist wie sagt also für den preis kann man nicht meckern nur ein nachteil sie ist auch ein schuss um mich kippen ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017